Das Telenotarzt-System im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist ein voller Erfolg. Es ist für die Patienten gut und es ist auch für die Notfallsanitäter gut, denn die Notfallsanitäter kriegen eine Hilfestellung, sie können eigenständiger agieren und die Patienten haben die bestmögliche Behandlung. Das System wollen wir großflächig ausbauen. Wir wollen alle unsere Rettungswagen mit dem Telenotarzt-System ausstatten. Sehr schön ist, dass wir bereits jetzt mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen unseren Kooperationsvertrag ausfüllen. Dort nutzen derzeit bereits elf Rettungswagen unseren Telenotarzt und auch dort soll es ausgebaut werden. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, möglichst zügig alle fehlenden Rettungswagen mit dem System auszustatten. Die kommen auf den Linden auf.